So ist alles! Weiter! Mach schon! Das Gute war Johannes, jetzt sag deine Losung! Ich bin auf dem Dach! Ich bin am Ziel! Ab heute fliegt ein Krokodil! Wir sind die Krokodile! Die Worte Krokodile! Hilfe! 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 Da hängt einer auf dem Dach. Wo denn? In der Zügelein, der Papageien-Siege. Willst du mir die Frage berufen, Mann? Das war der Wolfermann, der Krokodil! Der Kruppel! Der Rollstuhl-Rennfahrer! Ich hab schon mal gesagt, ich hab nichts gegen den Rennfahrer! Aber in unsere Wanne können wir nicht gebrauchen! Damit war's da! Bist du aufgenommen jetzt? Sieh's doch! Er ist wieder eingebrochen worden in der Siedlung. In einem Radiogeschäft. Was guckst du denn so vielleicht? Sag mal, was würdest du machen, wenn du wüsstest, wer die drei Einwecher sind? Wieso hast du drei Hände? Ich möchte jetzt endlich wissen, ob du kurz für uns aufgenommen bist oder nicht! Wer ist dafür? Ich! Vater sieht's nicht gern, wenn du mit diesem Krokodil-Land bei Hände bist. Was macht dieser Scheißer hier? Du bist voll lebensmüde! Wenn du den anrührst, sag dir nur dann! Das war's nicht so. Danke! Das war's nicht so.